so die bäume sind ja nicht gewachsen okay immer nicht das holz verwenden das geht ja wir haben hier noch eichenholz aber wir haben zumindest eichenholz schon mal gut 14 daraus können wir auch was machen da ich komme hier immer auf die falschen tasten so 56 naja immerhin immerhin freunde ne immerhin so ja hier noch machen wir wie unten so drei so alter war alter warum leckt das gerade ach mensch ihr wisst gar nicht wie das mich ärgert einfach das ist das ist das meine fresse das ist doch einfach nicht mehr normal ich müsste ja klein noch mal eine offene pass machen alter ich komme mir nicht mehr früher habe ich so gut minecraft gespielt immer vier stunden aufgenommen und jetzt bekomme ich einfach nichts mehr hingeschissen das ist traurig das ist ehrlich gesagt traurig naja was willst du machen so warte mal ich mache kurz mal eine aufnahmepause wir sehen uns gleich bis später tschüss so und damit ein herzliches willkommen zurück zum sorgen kind des tages minecraft ja ich habe ja genau wieder super leck ich habe gerade mal die aufnahme wieder beendet es wurde mir allmählich zu viel habe ich ein bisschen ausgeruht mich entspannt habe eh noch mal die videos durchgeguckt ich habe total scheiße reagiert das darf eine sein weiß ich auch nicht dass es hochladen werde ja ich muss ruhiger werden so jetzt haben wir ja hier alles fertig gemacht ne 3 jetzt müssten eigentlich wir sind wir sind bei die fenster passen da sonst nichts hin ich sind personal de so jetzt machen wir einfach mal hier wieder den klassischen kackstreifen hin so hui so wartet mal jetzt muss ich mal kurz gucken so da geht es auch schon weiter so es wird übrigens nacht aber wir bauten weiter und lassen uns nicht von den problemen stören die uns umgeben wir bauten weiter egal was passiert ach jetzt haben wir natürlich kein holz mehr super da müssten wir mal wieder ordentlich holz schlag gehen jetzt aber erstmal entspannen und ins beste legen gute dacht alter ich muss ich muss selber gehen bei den let's play also nicht weil es langweilig ist aber wenn man hier ins bett geht oder so ach stimmt das müssen wir unterstopfen naja ach jetzt mal einer holz schlagen stimmt ja so und da sind auch die nächsten bäume gewachsen ein erfahrungspuppel hallo baum ich grüße dich ach ein großer warm sogar so hier noch und dann bin ja und hier noch und dann haben wir so geschafft erst mal dann lasse ich erst mal hier mit den anpflanzen ich würde kann hier eischen zeppelings erstmal hin pflanzen weil wir die gerade mehr brauchen wieder ach hier muss er noch beim wachsen na super ach sogar noch mehr drei ach du scheiße aber dann ist wirklich das ja so die wachsen ja noch nicht da hinten ich könnte jetzt mit knochenmehl reingehen aber das will ich gar nicht ich könnte jetzt auch gerade da braun ein baum hoch aber das würde nicht bewirken simsalabim bim 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 ne ich glaube das bewirkt nix nur dass sich da hinten ein baum aufbaut sonst war da nix so die sonne geht auf also sieht jetzt aus wie so riesiger würfel ach schön was ach so das wollen octopoden so hier haben wir ja noch ach wir können ja klar darüber gerne können wir alles mal ausbessern was was uns da der creeper angerichtet hat da müsst ihr sprengen ich mal gleich hoch hui so da haben wir das auch mal ausgebessert brauchen wir auch unbedingt mal eine fackel da dran weil sonst kann es ja wirklich typisch werden mit den zombies und so mache einfach mal eine fackel hin hallo seh jemand oh oh ehrlich gesagt war das eh scheiße kommen wir reißen das mal raus das war ehrlich gesagt eh scheiße also was wir da eingefallen lassen ich weiß ja nicht ich mach es mal raus dann müssen wir das halt normal hier einkleiden mit dem holz ist doch egal so sehe es halt besser aus ich dachte das wär was oh naja meine güte man kann ja ausprobieren im leben ne das kostet ja nix ähm dann machen wir ja mal den hier noch so da haben wir das auch gleich geschafft und das hat auch überhaupt nicht weh getan und jetzt spielen wir ordentlich wieder Staubsauger blub 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 dann machen wir das ja mal zu 52 diese beiden polnummer sorgen 52 haben sie mal 52 euro kenne dass die akzente ich kann das über school aussprechen 2,50 euro ach ja ähm so dann machen wir das ding auch mal dicht aber wenn ich den raum erstmal hier ja noch nicht ganz fertig also wir müssen ja im gern noch die schienbahn aber das müssen ja erst alles ansammeln wir brauchen auf jeden fall jede menge eisen also da lohnt sich das mit eisen zugeschissen zu werden diesmal lohnt sich es diesmal brauchen wir uns nicht zu beschweren so und hier noch und da noch und da haben wir so geschafft so sieht jetzt wirklich so ein bisschen dungeon mäßig aus etwas eigentlich weiß ich nicht aber es hat was so was ich mal kurz mache ist der hier so denn mein laptop braucht wieder energie er braucht strom ohne strom kann er nicht leben so den eingang der müssen wir eh noch anders machen also da bleibt alles nicht so und die letzten zwei bäume sind gewachsen die kommen klar um erfällen auch noch seit links wie viele man rausbekommt eigentlich hatte eigentlich nicht damit gedacht dass so ein hohes ergebnis rauskommt auch naja man sollte sicher nicht beschweren so und da macht diesen baum befreit ich könnte jetzt noch warten das wollte ich eigentlich gar nicht dann noch ein sapling aber sonst ist ja nichts ich würde sagen ah guck mal wer da gewachsen ist der andere baum müsste jetzt eigentlich auch gleich wachsen das dauert hier immer mit den diesbohren von den blättern ne ich weiß gar nicht mehr wie das früher war ich glaube die da Untertitelung des ZDF, 2020